Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, esse coche mucho, tschon! Sei ruhig. Wir starten ein niegelnagelneues Projekt, mein Freund. Du solltest deshalb jetzt mal ein bisschen die Kante flach halten. Hier spielen nämlich jetzt Minecraft. Mit Glanz, Glorie, epic unterlegt Minecraft. Ganz populär. Du, da werde ich ja zum Hinterwäldler, du. Das bist du schon längst und da wusstest du gar nicht mehr zu werden. Wieso ruhig? Einzelspieler, ne? Wir spielen das jetzt hier im Einzelspieler-Mod. Oh ja. Und wir haben ja schon mal die schöne Welt Luna Terracotta nach Christians Wunsch. Luna Terracotta, Luna wie die Sängerin. Deshalb auch das Lied zu Beginn. Genau. Und Terracotta wie die Wandfarbe. Die Wandfarbe. Ergibt viel Sinn. Soll's auch. Soll's auch. Sehr tiefgründig, ne? Es hat was Episches, würde ich sagen. Episch. So eine Form von Rokoko und Barock. Und Barock. Ich spiele diese ausgewählte Welt. Ja. Ja. Und das ist das erste Mal, dass wir wirklich rein starten. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin. Oh, oh, oh. Ich glaub, hier sind wir im Dschungel, ist da Divell los. Im Dschungel, ne? Im Jungle. Im Jungle. Im Jungle. Im Jungle. Welkom zu so Jungle, ne? Da gibt's nie von ganzen Roses. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Das passt doch gerade super. Welcome to the jungle. Denn du bist... Das kenn ich, das kenn ich natürlich. Sehst du doch? Welcome to the jungle. Da gab's auch so einen Film mit The Rock, oder? Ja, The Rock. Super cool, oder? Oh, Mensch, du bist ja ein Belesener. Ich bin sehr belesen. Ich bin ja Akademiker, muss ich dazu sagen. Aber ist das Wasser deine Tatsache? Ne, oder? Das ist, glaub ich, blauer Schleim oder sowas. Ne, ne, ne. Wir sollen nicht mal Ghostbusters haben, oder? Ne, tatsächlich Wasser. Das ist Wasser. Ähm, Wasser, Mensch. Zum Spiel. Insgesamt zum Spiel. Ich wär verrückt. Du weißt da gar nicht, worum's geht, oder? Ach so, ehrlich gesagt. Mein Lieber, ich habe null Ahnung davon. Deshalb, ich möchte dir... Aber ich kann nur Vermutungen und Thesen aufsetzen. Darf ich mit dir meine Weisheit teilen? Oh, was ist das? Kakaobo. Wenn du möchtest, gerne. Ich bin jemand. Guck mal, das bin ich. Hier. Oh, guck mal. Maske schönes langes Emo-Härchen. Das sieht aus. Also so leicht. Sieht aus wie ich, oder? So ein Ego-Männchen-Nussknacker, so eine Mischung, würde ich sagen. Ist es auch, ja. Ich bin diese Figur. Und wir beide sind hier auf dieser Insel, auf diese Insel verschlagen worden. Das ist wie bei Castaway. Castaway. Nur ohne Tom Hanks. Ohne Tom Hanks, aber zwar mit Robinson Crusoe, vielleicht. Mit Robinson Crusoe, vielleicht. Bevor er den Freitag getroffen hat. Das Besondere hier, Ernest, es ist so eine Art wie Lego in 3D. Ja, das hat ja alles so quadratisch, so wie Lego und, ich sag mal, eine Mischung zwischen Lego und Zauberwürfel. Also straight so 80er. Ugo hat so ein bisschen das 80er-Feeling verteilt. So 80-Feeling, sag ich mal. Aber Engel ist ja nicht so. Nee, muss ja auch nicht. Solange du Deutsch kannst, ist das auch gut, ja. Na, siehst du. Man kann hier alles wirklich ab. Und du siehst, ich grase hier mir die Flächen weg. Aber findest immer noch kein Gold. Ich finde immer noch kein Gold. Oh, was ist denn hier los? Ich glaube, da geht es um schon Mittelpunkt der Erde. Oh, guck mal, die Reise bis zum Mittelpunkt der Erde. Da haben wir schön Lego und die Zauberwürfel. Alles mit Feind. Alles in einem Spiel. Wahnsinn. Auf jeden Fall. Und natürlich mit Meryl Streep unten am Fluss, oder wie das heißt. War das nicht ein Zeichentrick mit Häschen und sowas? Ja, stimmt. Ja, mit Häschen. Oh, was ist denn hier los? Also du bist mir ein Filou. Ein Filou. Guck mal, hier sind sogar kleine Kätzchen. Oh, Ocelot. Da hinten brennt es. Also ist es schon. Oh, Ocelot. Oh, oh, oh. Oh nein. Ich habe gerade einfach mal eine Katze mit einem Hieb in eine Versenkung geschickt. Ein Hieb in eine Versenkung. Nach dem Motto, ab in die Botanik, Titanic, ne? Bevor du weiter mein Gehirn verflüssigst, zermatast nahezu. Das sind alles gute Tipps. Hör mal, hör doch mal dem weisen Mann zu. Also, ich kann hier Sachen abbauen. Und jetzt kommt der Clou, der Clou. Ich kann es wieder aufbauen. Also ich baue Erde ab. Ich kann Erde wieder zu machen. Du, sowas hätten wir beinahe mit einer mathematischen Formel ausgerechnet und schon beinahe gedacht. Die Sache ist, ihr Zuschauer, ihr werdet wahrscheinlich denken, warum erklärt ihr diese ganze Scheiße? Ich muss es auch eigentlich nicht erklären. Aber der liebe Christian, der braucht das. Der braucht diese Anfangsinformationen. Ich sag mal, man muss den Leuten noch so ein bisschen den Weg weisen und schon den Leuten so ein bisschen zeigen, wo es lang geht, wie und was, welche Materie. Im Gegensatz zu dir sind die Leute schon längst am Ziel, mein Freund. Naja, naja. Das musst du wissen. Und guck mal, hier ist so ein kleiner Sumpf oder was? So ein bisschen sumpfig. Ja, ein bisschen sumpfig. Da hinten ist Octoshark. Octoshark, ja. Wie eine Haifloste sah das aus. Also man sieht, man kann... Da könnte ich eigentlich wieder Eialarm auf dem Hallock haben. Das sparst du dir. Das bitte sparst du dir. Na gut. Alles klar. Für irgendwann mal in ganz, ganz ferner Zukunft. Vielleicht Dezi 2 oder 3. Ja. Gut. Hoffentlich. Hoffentlich wird das niemals der Fall. Gut. Ich... Man merkt, ich geister ein bisschen durch die Landschaft, aber dieses Geistern kann man auch eigentlich als Erkunden... Sag mal, wonach suchst du eigentlich? Du bist eigentlich nur Zerstören und Aufbauen. Das ist das der Sinn und Zweck. Genau. Das ist doch der Sinn und Zweck des Lebens. Zerstören und Aufbauen. Ja, so wie einigen das Leben zerstören und andere wieder aufbauen. Das hast du so schön. Du bist aber auch ein Poet, ne? Ein Poet. Nicht zu verwechseln mit Prolet. Prolet, ne. Poet. Poesie und Charme. Charme und... Ähm, ja. Äh, die Sache ist, wir müssen jetzt erstmal gucken. Oh, Vorsicht. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Was du noch weißt. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft. In der Luft kommt später noch. Oh, ja. Da hinten wird so richtige Hühnchen fahren, ne? Kleine... Ich sag nur... Einmal Chicken Wings, sie sauer, bitte. Wah? Kriegst du fort. Weißt du, mit einem Stück Dreck schlägt man Hühner hier tot in dem Spiel? Ah, aber hallo. Ach, guck mal, es hat Angst. Ah, ich liebe es, wenn Hühner Angst haben. Da fällt auch wieder ein Song ein. Und zwar, ich wäre ein Hühner... Dann hätte ich nicht für Zufthune, ne? Zufthune, genau. Du bist ja sehr gelesen. Ein Flut, der weiß Befallbecker. Und wie du siehst, es... Ab und zu verlieren hier so kleine Kügelchen. Das sind Erfahrungspunkte. Ach so, ich dachte, das wären ihre Eier. Ja, die Eier verlieren sie auch, aber sie verlieren auch Erfahrungspunkte. Also man kann... In dem Spiel kann man auch an seinen Erfahrungen wachsen, ne? Na, na. Also, das ist fast wie im richtigen Leben. Du schlägst Hühner zu Brei und sie verlieren kleine Kugeln. Genau, fast wie im richtigen Leben. Das stimmt. Oh, hier, guck, noch eins. Ich zertrümmere die einfach mal jetzt mit einer roten Blume. Das ist auch mal ganz schön. Eine rote Blume. Rote Blume, verhängnisvoll, aber schön. Ich sag's, rot, ne? So eine Warnfarbe, aber aufgepasst, ne? Aber jetzt sollte ich langsam mal zu Potte kommen. Denn der Clou an dieser ganzen Geschichte ist... Ah, unten sehe ich deine Schweinsachsen oder was das sein soll. Gehen langsam dem Ende... Ich glaub, du brauchst, was zu futtern, mein Mann. So sieht's aus. Ich muss meine Kiemfütter füllen mit Fleisch. Die Herzen, die Herzen... Die Herzen sind noch stabiler. Die Herzen aller Fans. Und haste nicht, die sind alle noch da. Die Herzelein, ne? Die Herzelein. Du musst nicht traurig sein. Jum, hey. So, du siehst... Also ich könnte glatt als Schlager-Sänger durchgehen. Du bist der geborene Bade, muss ich sagen. Aber, hallo. Du siehst, also ich bin hier fleißig am Rohstoff abernten. Ja, ich sag mal, wer Rohstoff aberntet, wird Rohstoff irgendwann wieder säen, ne? Ja, genau, das trifft dir auch zu, denn ich werde gleich mal aus Rohstoff, ich werde nicht direkt säen, ich werde aus Rohstoff, ich werde mal richtig kreativ gleich werden. Ich baue mir gleich eine Überhausung, denn jetzt kommt das, was ich eigentlich die ganze Zeit sagen will, was ich aber nicht sagen kann, weil du mich die ganze Zeit hier mit irgendwelchen Schlager... Der Schlager schnipseln besprieft. Erfreie deinen Schmerz von der Seele, mein Sohn, sprich dich aus. Ich muss mir gleich eine Unterkunft schaffen, denn bei Nacht kommt das Böse aus dem Gebüsch, aus dem Geäst. Mitte mit dem Geästklopf ist an meiner Tür. Ja! Ob sie mich nun lässt, ich kann noch nichts dafür. Ich kann noch nichts dafür, Mensch. Also du klaust mir die Worte aus meinem Blüten. Ich klaue dir die Wurik aus deinem Hypothalamus, so mag man es nennen. Ähm, jetzt bin ich immer, ich verrenne mich weiter in diesem Dschungel, das ist gar nicht immer so intelligent, denn im Dschungel lauert bekanntlich das Böse, ne? Und im Dschungel ist bekanntlicherweise auch der Deibel los. Der Deibel ist los. Ähm, gleich kommen wir erstmal zur Sache. Ich muss mir einen Unschlopf bauen und hier ein paar Hühntier noch zertrummern, damit ich auch ein bisschen Nahrung habe. Ja, du musst ein bisschen was essen. Denn gleich... Oh, ein Herzchen ist schon weg. Jetzt haue ich mir hier die halben Hühner-Busen, mag ich da schon in den Mund nehmen. Auch im Oktoberfest würden sie sagen, yo, mei, I haul, ich bin. Das Haube-Handle habe ich schon in den Mund, ey. So muss es sein. Ich klopfe mal weiter rauf. Ja, ja, ja. Hühnchen tot. Hühnchen tot. Ich glücklich. Klappe zu, Affe tot. Hühnchen tot. Hühnchen tot. Oh, guck mal, hier hast du gleich die Wüste. Die Wüste Gobi. Die Wüste leer, ne? Aber das ist ganz schön. Hier ist nämlich direkt eine Wüste an dem Dschungel. Und hier fühle ich mich gleich schon fast wohler. Und mitten in der Wüste ein kleines Wasserbasang. Wasserbasang. Mensch, das ist das Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, soviel zu dieser Welt. Ich sollte mir jetzt mal einen Platz suchen, wo ich dann eine Unterkunft brauche. Alles quadratisch praktisch. Gut, sag ich mal. Aber das bietet sich doch schon mal an, oder? Oh, Katakomben. Die Katakomben von... Ja, ja. Das ist der Vatikan. Gleichmals des Fraps ist mir hier mal ins Ding gelaufen. Oh, 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 oh. Ich will nochmal hier ganz schnell wieder in-game gehen. Also das ist ja... Die Tücken der heutigen Technik sind ja bekanntlich... Also sehr heimtückisch. Heimtückisch. Das sage ich dir doch. Ich baue mir mal hier diese Grotte zu. Oh, oh. Denn gleich kommt was Böses in der Nacht. Ja, in der Nacht kommen immer die ganz, ganz, ganz... Das ist ja fast so... ...bösen Sachen. Wenn man hier jetzt rausgeht nachts... Du kennst das, ne? Naja. Da wollen sie sich gleich zusammenhauen. Ja, ja. Überfallen und was nicht alles, ne? Und guck mal. Ich habe hier in meinem Inventar so eine Art Handwerkfeld. Da kann ich zum Beispiel das Holzlatten, die ich gerade produziert habe. Holzlatten. Gehst du wohl. Kann ich so eine Werkband... Werk... Werk... Werkbank zusammen... Na, hast du so einen kleinen Knoten in deinen Stimmbändern, ne? Genau. Meine Stimmbände, die reißen manchmal. Die reißen. Partou kann ich die dann nicht mehr zusammenfügen. Oh, eine Holzkiste. Ja, eine Werk... Eine Werkbankkiste, ne? Und da füge ich zwei Holz... Trockenholzbrette zusammen und habe Stöcker. Und aus Stöckern kann ich die Stiele für gewisse Utensilien machen. Was braucht man denn so alles? Ja, ich sage mal eine Schaufel, eine Spitzhacke, eine Axt. Du kennst dich aber. Ja, so ein Bieskin. Ich war ja damals mal in den Gartenanschauungsbau tätig, ne? Eine Zeit lang. Echt? Na ja, so hat man so alles so... Alles mal mit der Güsse gemacht, ne? Bieskin so miterlebt, miterkundet, mitgelernt, mitgenommen an Wissen und so. Na ja. So, du kannst nämlich dann jetzt mit der Spitzhacke ganz gemächlich... Ja, nach dem Motto, die Spitzhacke, da ist er jetzt bei dem Club, der sind Zwerge beigetreten, und die Minen von Moria, ne? Die Minen von Moria. Gleich kommt ein Ballrock hier um die Ecke. Oh, ein Ballrock. Der sprüht uns erstmal mit Feuer, ne? Mit Feuer. Feuer um die Kiste sprüht er und hier. Das sag ich dir. Ich muss hier ein bisschen Erde noch weg. Ja. Hauen. Ein bisschen Erde. Mit der Erde bedienen einfach. Ein bisschen Terra X, ne? Terra... Terra X? Was ist denn das? Ja, Terra, ne? Terra X ist doch so eine Sendung. Du musst ja wissen, ich habe ja großes Latinum. Oh, du bist ein großes Latinum. Ich bin ja... Du bist ja Experte. Du bist ja ein alter Römer. Wie Uwit. Wie ein alter Römer. Wie Cicero. Cicero. Roger Cicero, ne? Ne, den eher nicht. Ne, der nicht. Der ist ein bisschen schämlich, oder? Ja, ist er, ist er, ist er. Also albern, das ist... Den würde ich sofort gleich in die Wüste schicken und sagen, ne, du kriegst keinen Platten von da. Also so geht das nicht. Genau. Dann die war halt H.P. Baxter oder DJ Etsy oder so, ne? H.P. Baxter. Ja, unter dem Namen Scooter auch bekannt. Habe ich heute gelesen, er hat letztens im Interview gesagt, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Hat er recht. Hat er recht, ne? Ich meine, er ist zwar Mitte 40, schätze ich mal, aber sieht immer noch so, wie damals, Hyper Hyper, als er da so wie Anfang 20, ne? Ja. Ähm, nochmal zur Sache, ne? Ja, zur Sache. Du siehst, es wird immer dunkler und immer dunkler. Es wird dunkler und dunkler. Oh, guck mal hier, Sonnenuntergang, ne? Nun musst du wissen, man kann auch Fackeln bauen, dazu brauche ich aber erstmal Kohle. Kohle findet man meist tief im Boden. Mensch, Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Zeig, oder? Kohle, dann geht natürlich gleich wieder an Geld, knete, aber nee, das ist Kohle. Nee, das ist richtig Kohle im Wasser. Stein, Kohle, so Essenszegegal, hohe Gebiete, ne? Flöts und so ganze Krams. Und bei Minecraft, da reizt sich meist ein Flöts an das andere, wenn man Glück hat, wenn man Glück haben mag. Und da kann man dann ordentlich Kohle ernten. Ich hoffe, ich werde das auch gleich tun. Ja, kannst du Kohle schäfern, mein Lieber Scholli. Aber ich brauche noch ein bisschen, hä, ist das jetzt mein Unterschlupf? Wo ist mein Unterschlupf? Hier, hier war es doch, hier war es doch. Das war eigentlich der Hinterausgang. Aber ich ziehe eigentlich den Vordereingang eher vor, oder? Eher vor, ist besser. Man liegt ja meistens vorne immer rein und verlässt immer noch den Rest. In der dunklen Höhle zu schlafen ist auch nicht so angegeben. Ich bin nicht der Hinterausgang. Ja, nee, da hast du recht. In der Höhle zu schlafen, das wäre... Also, mir wird, mich gruselt... Ist unorthodox. Da würde ich doch lieber ein Drei-Sterne-Hotel oder sowas vorziehen. Deshalb, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen Kohle hier finden. Denn so ganz unilluminiert fühle ich mich hier nicht wohl. Oh, Mutter, der Mann mit den Koks ist... Ja, mein Junge, das weiß ich. Sehr gut, sehr gut. Der arme Falco, der tut mir leid. Ja, 97, glaube ich, ist das passiert. Auf der Karibik. Hast du das eben gehört? War das ein Zeichen? Man spricht von Falco und schon brüllen die, schreien die Wände. Oh, das wird mir immer schon gruselig. Hör mal. Vor allem, wenn man sich hier so... Aber ich sag mal, die Klopfsau... Das ist aber sehr spektakulär. Hört sich an wie so ein ganz dumfer, schneller Herzschlag. Krusjone, ich glaube, da klopft jemand an so einer Tür, oder? Soll ich mal gucken, gehen? Lass mal lieber. Ich glaube, hier habe ich glatt was gefunden. Aber Halloween ist doch schon längst schon vorbei. Trick or Treats, ne? Ach, hör auf. Da habe ich doch gleich... Eisen, Eisen, Eisen ist das. Eisen, siehst du? FE, ne? In der Chemie abgekürzt. In der Chemie ist das in der Tat FE. Da bin ich doch ein ganz... Obwohl, ich habe ja einen Sonderschulabschluss. Aber, ne? Immerhin. Also... Nicht zu unterschätzen. Immerhin. Manche, die brechen ja Studium ab, haben nichts oder kommen gerade mal bis zum Kindergarten. Aber ich habe meinen Sonderschulabschluss in der Tasche. Ganz großen Schritt im Leben hast du gemacht. Es ist schon mal... Also, wie gesagt... Das kann dir keiner nehmen mehr. Die meisten Sonderschüler, die wurden alle belächelt, ne? Tom Cruise, alle waren so ganz die schlechtesten Schüler, alle Sonderschüler gewesen, aber später die ganz großen Hollywood-Stars. Ja, so ist das, ne? Aber dafür, was wir hier machen, brauchen wir nicht mal einen Sonderschulabschluss. Du siehst, wir bauen hier ganz primitiv einfach nur die Steine aus der Wand. Genau. Da brauchst du nur ein Handwerker-Abi, ne? Ein Handwerker-Abi? Habe ich leider nicht gemacht. Aber ich behelfe mich einfach mal mit dem... Wikipedia wissen, was ich mir anlesen habe. Ah, ich verstehe. Nach dem Motto, ja, zwei linke Hände, an jeder Hand fünf Daumen. Fünf Daumen. Na, siehst du wohl. Du siehst ja, ich bin ja hier... Du bist ein Filou. Ich bin ein Filou. Aber lieber ein Filou als ein Schwofo, sag ich mir immer. Ja, ja, genau. Der Schwofo ist wieder so einer, der nur Blödsinn macht und nicht überhaupt gar nichts auf die Rechte hält. Aber ich sehe hier gar nichts. Es ist dunkel und Nacht und... Der Schwofo ist wie so ein Volltrottel, ne? Und das Problem ist, weil in der Nacht... Oh, das ist ein Ei. Ein Ei. Greife ich mir? Das Ei greife ich mir ganz schnell. Ei, 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 super, ne? Das war wirklich fantastisch. Also deine musikalischen Fähigkeiten. Das ist schon... Also dass ich noch keine... Kein Kartenmillionär bin, ist komisch. Da kann... Elton John kann da seine... Ach, Elton John. Das ist doch... Seine Hose zulassen, sag ich mir da, oder? Ich sag mal, also... Ich sag mal, Candle in the Wind und so, das ist doch nix. Das ist doch... Ich baue mich mal ganz knallhart hier zu. Problem ist, ihr werdet vielleicht weniger sehen dadurch, aber die Sicherheit geht bei mir vor. Ich hoffe, man kann es einigermaßen noch erkennen. Ja, man sieht... Man sieht sehr, sehr schlecht im Dunkeln, ne? Aber ich sag mal, die Katzen, die können im Dunkeln nicht sehen. Aber ich sag mal, nachts sind alle Katzen grau, ne? Aber dafür ist im Dunkeln... Im Dunkeln ist nicht gut munkeln, sagt man ja auch. Genau, im Dunkeln ist gut munkeln oder nicht, wie auch immer. Nicht? Ist gut munkeln im Dunkeln? Ich weiß es nicht. Eigentlich für mich ist es nicht gut munkeln im Dunkeln. Ich würde dann, wenn das Tageslicht, doch vorziehen, ne? Was ist eigentlich munkeln? Munkeln. Munkeln ist auch so ein Wort, was eigentlich längst verstorben ist, ne? Ja, es ist ein uraltes deutsches Wort, das schon längst in der Versenkung ist. Munkeln, so wie... Naja, ne? Schunkeln kenne ich nur. Schunkeln, naja, so ein bisschen was anderes. So munkeln, im Dunkeln ist gut munkeln, ne? Da kommen schon so einige Hormonschwellungen und so, ne? Okay, aber ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und zwar, wir sind ja hier bei der Sache. Wir sind ja immer noch bei... Der Gutste hier muss sich erstmal diesen steinigen, ne, schweren Weg freibahnen. Das muss sich auch ein Zitat von Xavier Naidoo. Dieser Weg ist kein leichter, dieser Weg wird steig und schwer. Und ich fühl mich auch gerade auf diesem Weg versetzt, denn das ist gar nicht mal so leicht hier in der Dunkelheit durch das Geröll zu winden. Da sieht man, die Dunkelheit verlaut wahrscheinlich nicht mehr, ne? Genau. So mag man das interpretieren. Ist denn hier schon langsam wird denn, bricht denn der Morgen an? Ich hoff's doch. Oh ja, guck mal. Nee, nee, nee. Guck mal, nee. Sternklare Nacht, ne? Sternklare Nacht, ne? Sternklare Nacht, ne?